Musik Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Züge in Bayern. Heute nehme ich euch mit nach Weinhausen zu einer Filmstelle auf einer Bahnbrücke. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen dieses Videos, das ich am Ostersonntag während der Corona-Zeit mit sämtlichen Sicherheitsmaßnahmen gemacht habe. Viel Spaß! So, als erstes sehen wir jetzt dann den Alex von Hergad nach München Hauptbahnhof, der hier um 13.51 Uhr vorbeigefahren ist. Und München Hauptbahnhof um 13.41 Uhr erreichen wird. Der Zug wurde gebildet aus sechs Waggons und einer Baureihe 223. Musik Als zweites sehen wir jetzt dann gleich die BAB von Füssen nach Augsburg Hauptbahnhof, mit Halten allen Unterwegsbahnhöfen. Und dieser Zug ist hier vorbeigefahren um 14.09 Uhr, bestehend aus zweimal Baureihe Lind 41, was so viel bedeutet wie BR 648. Tellt euch das erste Video zuивается. Musik Also geht's mit dabei! Musik 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 so als drittes ist es dann vorbei gefahren der alex von münchen nach kempten über kaufbeuern bespannt mit einer baureihe 223 sowie sechs nachverkehrswagons und vorbei gefahren ist er um 14.10 so als viertes ist jetzt vorbei gefahren der regional express von kempten nach münchen hauptbahnhof über buchlohe kaufhering geltendorf von münchen parsing wo er in münchen hauptbahnhof um 15 9 ankommt der zug fuhr hier vorbei um 14 uhr 18 und war bespannt mit einer baureihe 245 als nächstes fuhr gerade eben vorbei die brb von münchen hauptbahnhof über kaufbeuern und markt oberdorf nach füssen der zug fuhr vorbei um 14 uhr 48 und war bespannt aus einer baureihe lind 81 und einer baureihe lind 54 so der nächste zug war jetzt gerade eben der regional express von augsburg hauptbahnhof nach lindau und oberstdorf über kaufbeuern kempten emmenstadt wo er dann auch geteilt wird der zug bestand aus zwei mal baureihe 6 12 und fuhr hier gerade eben vorbei um 14 uhr 56 als nächstes fuhr gerade eben vorbei der regional express von lindau und oberstdorf zur weiterfahrt nach augsburg hauptbahnhof über buchlohe und anschließend ohne unterwegs halt der zug fuhr vorbei um 15 uhr 7 und war bespannt aus zwei mal baureihe 6 12 der letzte zug war jetzt gerade eben die brb von füssen nach münchen hauptbahnhof mit halt in buchlohe kaufbeuern geltendorf und münchen parsing der zug war bestückt aus einer baureihe lind 81 und lind baureihe 54 und fuhr vorbei um 15 uhr 11 abone ol